Vielleicht hätte ich Yama-Chan und Amy-Chan auch einladen sollen. Nun ja, alleine kann ich es langsam annehmen lassen. Hyori! Hyori! Hör? Grüß dich! Ich bin der Gott der Romantik. Yato! Was machst du denn hier? Ach, ab und an packt mich die Lust in eine verschneite Gegend zu reißen. Schnee taucht alles und jeden Hinweis, hast du das verstanden? Selbst die dreckigen und hässlichen Dinge. Und du bist der Dreckigste davon! Na, Yuki-Ne-Kön, du auch? Der hat übel genervt. Gehen wir mit Yori mit, hat er die ganze Zeit rumgequenkelt. Er hat bei der Tombala mit dem Reisepreis völlig versagt. Und niemand wollte uns bei Anhalter mitnehmen. Hör? Er hat den Joker! Joker, Joker! Schlussendlich haben wir uns einem Schul-Ski-Club angeschlossen, um herzukommen. Du hattest das wohl nicht leicht, Yuki-Ne-Kön. Komm schon, legen wir los! Was ist denn mit dir? Du kannst Skateboard fahren, aber kein Ski laufen? Ach, ist doch egal! Gut, dann bringe ich's dir eben bei. Völlig falsch! Du bist doch nach Schnee benannt, also komm mal runter! Du hast mir doch den Namen gegeben! Ach, sei's drum! Mach einfach hin! Haha! Das Hinfahren hast du schon mal drauf! Hä? Denk darüber nach, was du falsch gemacht hast! Wieso brauchst du so lange zum Schneiden? Was kann ich denn dafür? Als würde es ein lustiger Scheas-Flug werden! Sehr gut, sehr gut! Genau so! Du bist echt gut gelaufen! Anders als ein gewisser jemand bist du wirklich eine gute Lehrerin! Also, können wir nochmal... Das ist der Trick, der mich in die Vorhunde der Olympischen Spiele gebracht hat! Das war nur ein Probelauf! Nächstes Mal mach ich sicher richtig! Da steckt ein Pfeil! Ah! Das war auch nur Probe! Ähm, dein Rücken sieht wirklich übel aus! Ah! Heiß! Ah! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017